heute was geht ab leute mein erstes tusker aus dem rocket stop schauen wir mal ansonsten das übliche paar von den neuen sachen hau von den halloween sachen hau von den china sachen jagen heute 100 schade schaut man leute das traster was wir gerade gemacht haben am rocket stopp hat er die wollen einfach zu mir kommen 100 direkt mal lösen auf 5 und 5000 kasse ist schon teuer hatte wie viele hunderter traster habe ich jetzt haben so viele bekommen jetzt bäm 1 euro für die sammlung weiblich das wieder zu einem gode war machen dann muss ich ja mein gott zu klasse und hier einmal die macabajá crust shiny hunderter hunderte leider nicht ich habe gerade macabajá abgeholt habe ich mich daran erinnert dass ihr das eigentlich sehen solltet nummer zwei der war übrigens nicht shiny und nicht 100 hier 17 ist doch mein höchster bisher aber das glaube ich nicht 100 muss 20 oder über 20 sind können wir gleich ab checken es wird natürlich richtig saftig wenn auf einmal 100 wäre aber das zu niedrig muss kann man nachschauen was ein hunderter braucht 96 also bisschen was über 20 eine kleine überraschung leute aha habe ich aber schon ein paar mal aber trotzdem immer nice immer nice immer nice und drin ist er shiny hunduster nicht das was ich sehen wollte aber trotzdem noch mal den hier schnell hat sich ankommen würde 6 420 war übrigens hunderter macabajá 3wp leider daneben feuerarten ein magma könnte ich schon gebrauchen sollte reichen hier mit denen jetzt check mal wieder ein macabajá nicht shiny schreibt auch in den tage ob ihr schon shiny habt und nicht 100 das haben wir hier so check mal das auch schnell flug pokémon ja zubat oder so zu selten kommen die neuen sachen leider wir holen mal wieder zwei macabajá ab schauen wir mal 420 wollen wir jetzt sehen jetzt wo wir es wissen und ich glaube heute jagen wir einfach nur macabajá 412 leider nicht ganz wir haben noch noch ein macabajá immer noch nicht shiny leute und immer noch nicht 100 ein paar machen wir heute noch dann habe ich noch ein glückstausch und vielleicht ein raid ihr wisst bescheid selbe stelle wie gestern aber ein anderes lied das ist so die dreckigste stelle in ganz münchen nicht wie in dem klavier sondern hier pisse vogelscheiße alles ich habe ein deja vu wir waren gestern genau hier selber arena ungefähr selber uhrzeit hoffentlich nicht dasselbe dark cloud ja ja genau so schlecht den fang ich jetzt schnell und dann immer wieder ein paar quest ab wy hier oh Untertitelung. BR 2018 Damit können wir die Quest abholen. Gefangen haben wir ihn, aber damit gar nicht. Aber der kann leider nichts. So, 509. Wollen wir mal sehen bei dem? Direkt 509, gib mir. 4,20. 4,13. 4,20. 4,16. Schade. Wir sind wieder zu Hause, ihr wisst Bescheid. Es ist der nächste Morgen. Ich habe heute drei New 2 X-Rates. Ich versuche gerade alles hier unterzubringen. Und zwei Videos, wo ich auch noch für euch machen. Und zwar dieses hier und der Max Out Monday. Checkt den Max Out Monday später ab. Du musst mir immer noch überlegen, was ich überhaupt maxe. Checkt das Video ab und dann schreibt unten im Tag, was ihr gemaxst habt. Auf jeden Fall Halloween Event. Es gab jetzt ein bisschen Feedback. Gestern im Stream zum Beispiel aber auch. Ein paar Gruppen und ein paar Titel, die ich gelesen habe. Ich weiß nicht. Ich sage es mal so. Irgendwie ist das Event nicht so saftig, wie es auf Papier klingt. Auf Papier klingt es halt mega. Dark Guy. Geile 1er Raids mit dem ganzen Kostüm. Neues Shining mit Pikachu. Neues Shining mit Makabajar. Zwei seltene, die es sonst nur in den Zählern gibt. Richtl und dieser Goblet. Die gibt es wild ohne den Quest. Kripuk Spezialforschung. Doppelbonbon. Und noch viel mehr. Ihr seht es. Vielleicht zu viel. Es gibt so viele Sachen. Zum Beispiel die Raids. Du willst Saka raiden, aber du willst auch die 1er raiden. Und beide sind nur die zwei Wochen da. Ist halt schon ein bisschen zu viel. Wobei das Problem wahrscheinlich auch ist, dass die 1er viel zu selten sind. Ich würde gerne mehr 1er machen. Oh ja. Ganz vergessen. Neue Rocket Stops gibt es natürlich auch noch. So viele Sachen, die man machen will. Dann gibt es doch das Problem, dass viele sagen, die neuen Sachen sind zu selten. Makabajar ist zu selten. Goblet ist zu selten. Lichtl ist zu selten. Kann ich verstehen. Wobei Goblet. Heißt das so? Goblet? Goblet? Goblet glaube ich. Und Lichtl? Die sollen ja noch relativ selten bleiben. Also da habe ich kein Problem, dass ich nur einen am Tag finde oder so. Ist okay. Aber Pikachu zum Beispiel. Ich habe gestern den ganzen Tag gezockt. Ich habe 5 oder 6 gesehen. Das ist schon ein bisschen wenig. Vor allem wenn die normale Shiny Chance 1 zu 450 ist. Wie soll ich da einen Makabajar oder einen Shiny Kostüm Pikachu bekommen? Makabajar habe ich glaube ich mit den ganzen Quests 9 oder so bekommen. Das ist halt nichts. Wie soll ich da meine Shiny zum Stande bekommen? Deswegen kann ich da schon die Unruhe verstehen. Es gibt halt noch die ganzen anderen Geister und Unlicht Pokémon. Es ist ja nicht so, dass die Event Sachen nicht spawnen. In Relation spawnt halt das neue Zeug Makabajar und zum Beispiel das Pikachu zu selten. Ihr könnt ja gerne allgemein unten in den Tag schreiben. Aber irgendwie klingt es auf Papier halt viel besser als das Event. Man muss sich glaube ich noch damit anfreunden. Hey, deswegen dauert es auch 2 Wochen. Wir haben noch Zeit. Eins nach dem anderen Leute. Nicht alles auf einmal. Das ist so wie Buffet sage ich mal. Man will sich direkt alles reinschaufeln. Aber Stück für Stück nacheinander denke ich, dann wird das Event schon saftiger. Vielleicht so eins nach dem anderen und dann wird das schon. Alles auf einmal kann überwältigend sein denke ich mal. Wir haben jetzt die Spezialforschung erstmal abgeschlossen. Zack. Da müssen wir noch raiden. Das machen wir in der Raid Stunde. Hoffentlich 2. Auf jeden Fall Mittwoch. Übernächst weiß ich nicht ob da einer angekündigt ist. Ich habe mir einen Shiny Shigi mit Hut jetzt gesichert. Das können wir auch mal abhacken. Das heißt wir brauchen nur noch die anderen 2. Pikachu schauen wir mal. Lichtel habe ich jetzt ein 98er bekommen. Das können wir auch erstmal abhacken. Aber natürlich nehme ich hier das Lichtel noch mit. Da brauche ich noch so viele wie geht. Da können wir uns so langsam auf z.B. Makabajar und Goldbit konzentrieren. Und dann wie gesagt hier und da Badakai. Das mit den Bonbons müssen wir leider komplett ignorieren. Ich würde gerne auch einfach nur paar Stunden Farm und Bonbons sammeln. Aber das müssen wir dann komplett ignorieren. Und die Rocket Stops zum Beispiel. Das mache ich einfach nach dem Event. Ist ja nicht so als würde ich jetzt momentan irgendwelche sehen. Von den Neuen. Die sind eh richtig selten. Aber dadurch dass auch noch die ganzen anderen Sachen da sind. Denke ich mir ja keine Zeit dafür. Das mache ich irgendwann nach dem Event dann. Wo ich dann gezielt wieder meine Krypto Sachen jage. Und ihr könnt dann wieder mitfiebern wie ich da die hunderter Krypto Sachen jage. Lapras, Tusker, Magma und Knackrion. Ah ja das war so meine Meinung zu dem Ganzen. Ja es ist überwältigend. Ja manche Sachen sind zu selten. Aber dadurch dass wir zwei Wochen Zeit haben. Gleich sieht das hoffentlich aus. Und es ist noch früh. Seid nicht überwältigt von dem Ganzen. Eins nach dem Anderen und dann wird es glaube ich schon. Auf jeden Fall das war es von mir Leute. Euch viel Glück heute bei eure Mutuals. Ansonsten wir mal liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Ahnung wie es ist. Fängt mal auf Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht. Pokemon is serious business.